Und Eduard, wenn du dann mal gemobbt wirst, ne, dann mach einfach ein Time Out, ne? Aber wie kommen sie ausgerechnet darauf, dass ich gemobbt werde? Ja, nur so ein Instinkt. Wegen dem Wetter bin ich heute so schlecht gelaunt. Äh, Entschuldigung, das heißt wegen des Wetters. Das ist ja zu dem Gäste, du dummer Nerd, ne? Pass mal lieber auf! Pass mal! Lecker! Au! Time Out! Beste Freunde.